Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Tumblr vor. Damit könnt ihr euren eigenen Blog erstellen und die Blogs von anderen Nutzern anschauen und bewerten. Wenn ihr die App öffnet, erhaltet ihr einen Überblick über die Beiträge der Blogs, denen ihr folgt. Diese Beiträge könnt ihr mit einem Herz markieren und auf eurem eigenen Blog oder in einem anderen sozialen Netzwerk teilen. Ihr könnt auch eure eigenen Beiträge veröffentlichen. Als Inhalte für euren Blog könnt ihr Chatlogs, Videos, Texte, Bilder, Audiodateien, Zitate oder Links hochladen. Diese erscheinen dann in eurem Blog und können von anderen Nutzern angeschaut und bewertet werden. Euren Blog könnt ihr außerdem individuell gestalten. Über das Menü könnt ihr in die Tumblr-Suche wechseln. Dort könnt ihr nach Blogs suchen, die euch interessieren. Tumblr schlägt aber auch selbst Blogs vor, die euch gefallen könnten. Weiter links im Menü findet ihr Benachrichtigungen zu euren Aktivitäten. Dort wird euch angezeigt, wenn jemand eure Beiträge geliked oder geteilt hat. Mehr Infos zur App Tumblr und Näheres zum Datenschutz findet ihr auch im Apps-und-Ups-Bereich auf www.handysektor.de Euch noch einen schönen Tag und bis bald!